So Leute, wenn jetzt meine Stoppo endlich mal losgehen würde, geht's auch weiter mit Republic Commando, mit unserem LP, was irgendwie geplant war, dass es dieses Jahr noch fertig werden sollte, aber irgendwie es auch ins nächste Jahr hineingeht, da dieses Video erst im nächsten Jahr hochgeladen wird, schon mal froh, es ist ein neues, ähm, ob meine Nachladetaste funktioniert nicht, weil ich wie die falsche Tastatur benutze, ne, funktioniert nicht, ähm, ah, Anzeige, Das war der Effekt, okay. Und trotzdem falsch Tastatur benutzt, so, jetzt aber los hier. Ich wünsche mir sicher, dass ich in diesem Mal ein paar Ziele durchkommen werde. Spinnen. Fohlen Mutriss. Können Sie sich ein bisschen Bagdadata. Dreifach Bagdadata holen wir. Ich mach mal kurz hier für Deckung sorgen. Wir wissen von Turfol, dass in diesem Wartungsgang einige Notstromaggregate stehen. Los, los! Ah, sowas wie die Tyraniden? Ziemlich ruhig hier, Sir. Sie warten wohl auf uns. Delta, Tür öffnet los! Trandoshaner sind nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Gut, und ich finde ihnen Tierintelligenz. Achtung, Granate! Sprengung erfolgt vorwärts! Seit wann können Trandoshaner fliehen? Schalten Sie sie von... Aber nicht durch mich durchschießen, ne? Sie verrichtet ihren Stöcke! Wir brechen auf! Delta, Panzer brechende Munition, da! Lauf, wenn ich den Niveau ziehe in den Hammer an! Sie ist vernichtet! Manöver abbrechen, Delta! Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat! Sind Sie unterwegs? Ja, brech ab! Entdeterminiert! Ach, sind aber so auf die Tür gekommen. Ein bisschen Munition mitnehmen... Wir brechen auf! Ziel eliminieren! Der ist einer von der größeren Sorte! Wir versuchen ihn in den anderen Raum zu locken! Darin können Sie unsere Panzer brechende Munition verwenden! Trandoshaner sind nicht gerade für Ihre Geduld bekannt! Ich bin getroffen! Ich brauche Hilfe! Gute Arbeit, 3-8! Kümmer mich um 6-2! Kümmer mich um 6-2! Lager von V-Kommandos! Vielen Dank für die Hilfe! Wo ist seine Munition? Ausschgesichert, der läuft einfach... Hallo? Was macht der da? 07 geht in Deckung! Hm... Sie! Bacta! Jetzt! Wenn unterwegs, Team Leader! Noch mal dreifach Bacta! Allerdings müssen Sie sie hacken, wenn Sie sie aktivieren wollen! Führ mich enter! Das war bitte nötig! Delta, Tür öffnen! Los! Mach mal! Ich glaub, wir alle sehen Ruhe nach! Der Tonator ist scharf! Gesichert! Fickung, Granate! Zieh die Tür auf! Gehen wir! Von hier kriegen wir sie nicht! Konzentriere mich auf Ziel! Werken terminiert! Da ist das erste Notstrom-Aquigat! Hecken Sie sich in die Steuer um und aktivieren Sie es! Zeigen Sie, was Sie können, Kommando! Bin unterwegs! Mache Waffe bereit! Scorch in Position! Alles klar, Sir! Position ändern, Delta! Sie, Bacta! Jetzt! Bin schon unterwegs, Sir! Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando! Nehme Position... Minute eins... Ich hab jetzt keine Lust, um irgendjemanden zu schreiben, vor allem weil es grad nicht möglich ist! Oh! Okay... Mach mal ein anderer besser! Wir arbeiten ihn wieder! Das hab ich eigentlich auch nicht mit dem Kopf, wirklich! Ich bin durchgeschossen! Hab ich gesagt, es sollte sein lassen? Nein! 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 Ich bin durchgeschossen! Nein! Na ja, fast, ne? Ich bin nicht auf ein Thank! Ich bin zurückgeknackt! Nö, da küt nix mehr. Moment. Bestätige, Alpha-Generator online. Bagda-Prozedur einleiten, Delta. Roger, hole Bagda. Finde diesen Planweg noch jemand. Führe mich besser. Bin okay. Tja, 18 Schuss haben für dich gereicht. Aber nicht mehr für euch. Hey, ein Feuerwerk! Der Liebchen. So, was könnten noch alles? So viel dürfte eigentlich nicht mehr kommen. Los, los! Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Sind unterwegs? Ah, Nr. 2. Vier Bereiche nicht. Move! Ohne eingeboren! Nicht schlecht. Denken Sie das Terminal, Delta. Der Meister bei der Arbeit. Von hier haben wir freies Schussfeld. Komm, schießen die eigentlich immer nur auf mich? Wer wieder hat vermischt? Ich brauche Hilfe, Kommandos! Was ist denn? Ich brauche Hilfe, Kommandos! Was ist denn? Ohne eine Taste! Hehehe! Ich brauche Hilfe, Kommandos! Ich brauche Hilfe, Kommandos! Ich brauche Hilfe! Gebt's noch einen Gamma? Gibt's noch einen Gamma? Ach! Gegen den Strom. Welchen Strom denn? Gehren Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Wir gehen zum Schwerer, der Kampferin. Hi! Super. Und keine richtigen Granaten dabei. Viel Spaß. Oh, viel Spaß. Und da knickt er einfach rum. Gehren Sie sie von dort aus, Delta. Hat den Punkt gemacht, Sir. Scorch, in Position. Auf einer Veränderung. Bombardieren Sie sie von dort aus, Delta. Hehehehe. Tja, I've killed you. Ich guck mal, einen KI-Fehler manchmal ausnutzen kann. Wo ist eigentlich nur 7? Ja, keine Chance gegen mich. Ich muss da. 3-7 ist einsatzbereit. Manöver abbrechen, Delta. Ich hätte hier gerne einen. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. In Jordan. K�zmer auf dem T-8, 4. Ich bin unter der Tür auf dem Halter. Zurück, Delta. Zwinge dich zusammen! Not umhär'n! Zwingen dich zusammen! Warum sterben die nicht einfach? Kein drohiger Träger! Hör'n! Hör'n! Naja, schnell! Ich würde ja gerne keine Hand der schmeißen, aber du bist ein bisschen zu nah dran dafür! Schaut dich dran! Yo, das war die schnellste Bewegung, die ich niemals in meinem Leben gesehen habe! Weißt du was? Viel Spaß damit! ... und zu den deutschen Kopfauser! Ich war's. Abholstruppen haben den Feind in einem Hangar festgenagelt. Sie wollten sie zum Hangar fahren und ebnen sich in den Weg. Noch ein Hangar? Tja, Wookies würden ebben Hangar. Objekt terminiert. Ziel eliminiert. Nö, 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 nö. 10, 0, lädt nach. Genau, mach nie mehr, bis es ist... Da unten ist ein Wookie. Er will uns anscheinend was sagen. Ziel eliminiert. Ziel eliminiert. Sie, Bacta, jetzt! Ein Wookie, der uns was sagen will. Was will er uns denn sagen? Ach, viel besser. Bacta verabreicht. Ja, ich hab mal einen anderen Weg dahinten gesehen, aber ich bin grad hier beschäftigt. Er sagt, wenn Sie irgendwie die Tür öffnen, können Sie einen Hinterhalt umgehen. Das wäre ja mal ganz was anderes. Hä? Gehe in Deckung! Mal sehen, was auf der anderen Seite... Ist mein DC-17 nicht da? Der Toulator ist scharf. Gesichert. Ohne Müls. Achtung, Granate! Der hat mich nicht aufgesammelt. Schweinerei. So, Hinterhalt umgehen. Und hier haben wir ein reines Schuss weg. Konzentriere mich ein. Oh Mann, Pion. Wir brauchen zu ihrem Tier vor. Guter Schuss, Team Leader! Das würde auch Sinn ergeben, wenn du dich bewegen würdest. Warum will ich nicht nur werfen? Weil du nicht die Gene dazu hast. Das macht keinen Sinn, Leo. Ihr habt alle dieselben Gene. Ja. Auch wieder ein gutes Argument. Ich warte mal, bis sie da sind, statt Murizen zu verschwenden. Ah, da kommen sie langsam. Langsam zweifle ich daran, wie lange das Spiel noch geht. Schnell, Delta. Die Wookies brauchen Hilfe. Mimimi. Oh. Kämpfen können diese haarigen Bieste. Oh, ein Bomber. Oh oh. Es ist General Grievous und er scheint nicht allein zu sein. Separatisten Verräter. Sir, Grievous entkommt. Ich habe das Signal verloren. Verdammt, ich informiere die Wookies. Wir können im Moment nichts unternehmen. Konzentrieren Sie sich auf ihr Primärziel. Oh. Und diese Typen schon wieder. Zeigen Sie es ihnen, Deltas. Die sollen sie nur hinterhalten, Deltas. Das tun sie ziemlich gut sogar. Stimmt ja, die gab's ja auch nochmal. Hm, 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 hm. Ich hab's wieder mal verdrängt. Sie eliminieren. Gut, dass der Wookie dieses Mal nicht überleben muss. Volle Konzentration, Deltas. Wir müssen ganzer auf unser Schiff sprengen. Deltas, ruhig. Der Wookies, der Wookies. Damit kommen Sie schnell zum Wipfel des Baums. Die Separatisten haben ihn dazu verwendet, um ihn auf den Baum zu kamen. Sichern Sie den Aufzugsschacht und fahren Sie nach oben. Wie denn? Gehen wir weiter. Rücke vor, Sir. Gönnen Sie sich ein bisschen Back da, Delta. Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Das war ja einfach. Ich hab'sşaue, ich hab's noch. Delta, Tür öffnen los! Das war's alles mit einem neuen Magazin. Mach hinne! Die Sprengsatz ist scharf. Gesichert. Deckung, Garnate! Töten auf dem Gehirn! Der ist verledigt. Der ist ein Drühenträger. So, mach es sicher! Mit welchen Spinn-Druide? Habe ich schon mal im Winter, dass ich das Drühenträger viel zu stark finde? Weil wenn wir so einen 5-Sekunden-Takt oder keine Ahnung, was das für ein Takt ist, wenn man so einen SKD kommt. Moment, Garnate! Der ist weggekauft, Seier! Der ist terminiert! Ich kann sie eigentlich nicht mit aufnehmen, aber... naja... Faschissen, egal. Sie eliminieren! Dass da immer noch einer rumhängt! Aua, mein Asperger! Treffer bestätigt! Kein Spinn-Druide! Schade, meine Theorie hat's nicht bestätigt! Aua! 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 Was pack normaler SAUS, ne? Aua! Aua! Erledigt! Ziel eliminieren! Einmal nach links! Warte auf weitere Befehle! So, eine gerade noch noch drei Eskadades aus. Ich weiß, dass wir gesichtet! Ziel eliminieren! Ich wollte mich natzen! Viel Spaß! Einer weniger, Boss! Der Aufzug ist gesichert, Sir! Marder! Abschutz bestätigt! Letzter Schlag! Hört sich ein da an! ... unter Harber-Deltas! Die Abwehrsysteme der Wookie sind online! Jetzt ist der Kreuzer der Separatisten fällig! In den oberen Ebenen der vier Buchten sind Wookie-Dual-Raketengeschütze stationiert! Nur mit der vereinten Feuerkraft aller vier Geschütze haben wir eine Chance, diesen Moloch zu vernichten! Dann rein mit ihnen, Deltas! Äh, warum bewegen wir uns nicht? Der Knopf 7! Oh, Verzeihung, Sir! Wir sind jetzt ganz oben, Sir! Wie soll ich hier da volle Munition? Warum liegt hier so ein Wookie-Raket in der Fahre? Zeigen Sie, was Sie können! Oh Mann, so gibt es hier eben ein Meisterschutz-Dedaktion! Warum ist das ein Spinnen-Droid, ey? Sie eliminieren! Schalten Sie sich von dort aus, Peter! Bin unterwegs! Ja, Sir! Lande bereit! Sag ihn an! Lachen! Oh! Mach gut Schaden an dem! Oh! Mach gut Schaden an dem! Scheiße! Ich bin ein Ruide besser! Die Aufsachen bin ich so ungenau, als dass ich sie gegen so kleine Ziele einsetzen könnte! Zweigelösp 이러 Playtime! Wir brauch vier F spirituality! Ein Możenta Schuttgart! Anh Barda! 4 0 est erledigt! Lauce New Gl independently! Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Gehe in Position. Ziel eliminieren. Gehe in Position. Warum habe ich so komische Granaten ausweist? Vielleicht hätte ich vorher nicht gehabt. Beziehungsweise wenig. Gehe in Position. Ja, aber jetzt muss der komische Hampelmann da weg. Und richtig verdichtet. Tschüssi. Kein Ding. Oh, das war ein bisschen falsch gezielt. Ziel eliminieren. Gehe in Position. Ich hätte zu alt für sowas. Genehmigen Sie sich etwas, Bagta. Bin schon unterwegs, Sir. Bin dabei. Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Das hat geholfen. Hallo. Bagta eingenommen. Delta 4 010 geht unterkommen. Oh, ich habe schon. Oh, ich sollte meinen Pappel enden.